Das nächste Lied, also aus folgender Intention geschrieben wurde. Das war mal bei mir zu Hause alleine, hab ich gelesen, Nietzsches gesammelte Werke. Da kam der Markus vorbei mit Erdbeer-Räuscherschläbchen und da haben wir einen Schaumback genommen. Und da hat der Markus zu mir gesagt, hör mal, Dieter, Käse ist eigentlich nicht wirklich lecker. Ey, Fleisch, Kartoffeln! Und deswegen haben wir das nicht geschrieben. Und das heißt, so rum. Habe ich mir genau so gedacht, in dieser Kursorge aus. Ich habe in meinen Haaren gewaschen. Hättest du die Kammer nicht haben? Markus. Ich habe in meinen Haaren gewaschen. 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 Untertitelung. BR 2018 Nehmt ihr gerade irgendjemand auf Videokamera auf? Viola, ich liebe dich! Bist du mich heute nicht da? Bist du mich heute nicht da? Er blutet. Achja, wenn ihr Internet habt, also wenn ihr Bonzen seid, könnt ihr auch auf unsere Internetseite gehen. www.sex-sul.com Das sind auch Videos von uns. Oh, das ist Antikristenforum. Einer, samniel.de. Zusammengeschrieben ohne Videos ohne Punkt. Das sind andere, samniel. Richtig! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018